Die Absteige Ah, der Typ In der Nachbarschaft, Holzfäller, Sheriff-Angelegenheit Nö, wir fragen direkt mal nach dem Holzfäller Na, ob das so stimmt? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen Du kannst machen, was du willst Sag dir auch, wenn du schweigen sollst Okay, schauen wir uns doch erst mal Hier um Gren heißt der Typ also Ah, quatschen wir direkt mal mit dem Erzähl mir, was du weißt Würde ein Trink Die meinen wohl Drink helfen Also bis jetzt war die Übersetzung ja ganz in Ordnung Abgesehen von Wenigen kleinen Fehlern Und ich habe da oben gerade schon Ein Foto vom Holzfäller gesehen Ach, das ist er doch Ach, Lady Du bist neben ihm auf dem Foto Das habe ich genau gesehen Und hier steht noch ein halbleeres Glas Aha, dem Holzfäller vielleicht Ach, Mädel Lüge mich doch nicht an Stimmt, die Streichhölzer Wir haben doch auch welche Hier oben Die haben wir doch in der ersten Folge gefunden Was ist das denn hier? Eingelegte Eier Hm, lecker Huff and puff Sind das nicht die, die er auch raucht? Mist, kein Kleingeld dabei Na, dann setzen wir uns doch mal Cash only Hast du ein Problem? Ich will nicht schreien müssen Nur einer neben dir Hast du ein Problem, Freund? Ich liebe dich Und jetzt sitzt du neben mir Okay, du könntest du mit mir schreien, wenn du mit mir schreien möchtest Du wißt du was ich meine? Gib mir einen Midas Gold. Willst du eine Lime? Ja. Ich denke, sie haben einige von der Barre in der Straße. Hehehehe. Ich denke, das ist lustig. Ja, ich denke, das ist lustig. Einen Flüchtigen beherbergen könnte dich einiges kosten. Ich verliere die Geduld. Na, komm schon. Komm schon. Ha, da ist er. Haha, wie er grinst. Oh, der sieht aber ziemlich fertig aus. Dass der überhaupt noch lebt, wundert mich. Eins oder zwei, setz dich einfach hin. Hab auf dein Bier aufgepasst. Hehehe. Komm ruhig, da sind wir zu zweit. Bin mir nicht sicher, ob ich dir glauben kann. Ich glaub dem eigentlich schon. Na gut, Woody. Das macht zwei von uns. Du hast Glück. Ich habe entschieden, die Säte zu verändern. Beleg dich nicht mit mir an. Ich will nur reden. Es war ein langer Tag. Ich will nur reden. Das muss nicht so gehen. Ich will nicht so gehen. Vielleicht will er nicht mit dir sprechen. Warum lassen wir ihn mir das erzählen? Okay, Grin. Der sieht echt richtig fertig aus. Ich bin nur ein Minuten. Niemand wusste, wer du warst. Ja. Na gut. Jeder kennt dich. Ein großer, schweiziger Wolf. Ich bin der schlechte Mann, und du bist der Sheriff. Welche Welt ist das? Komm schon, Woody. Du weißt, warum ich hier bin. Du willst wissen, was passiert? Amongst andere Dinge. Natürlich. Das ist lustig. Das, was du für Geld machst. Ich bin über die Zeit. Ich war es langsamer. Ich war es langsamer. Ich war es langsamer. Ich war es langsamer, aber ich hatte Geld. Ich war es sicher. Du bist für mich. Du warst nur in der falsche Ort, in der falsche Zeit. Also, du planst auf sie robben? Ja, sie und ihre Großmutter. Großmutter? Warte, was du sprachst? Red Riding Hood, unsere Großmutter. Ich war da, um sie zu robben. Aber als ich aufstehen, du warst schon da. Lied in der Bede. Ich habe sie nur gegründet, weil sie mir eine Reaktion geben könnte. Aber sie hat mir nicht gegründet. Nur ein paar Leute denken, dass ich etwas nicht bin. Ich spiele so lange wie ich konnte. Ich weiß schon diese Geschichte, Woody. Du solltest. Du warst da. Ich spreche nicht über Red Riding Hood. Ich bin hier über Faith. Sie wurde murdered. Was? Faith? Wer war das? Die Frau, die du heute Morgen hast. Nein, 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 nein. Ich war hier. Ich versuchte. Es sieht gut aus, wenn eine Frau, die du gerade schlägt, die du gerade aufstehen, wird tot, um, nachdem. Sie ist tot? Bigby, hör mal. Ich bin ein Schuss, okay? Ich weiß das. Ich habe das Frau, ich habe das. Ich hätte nicht. Ich hätte nicht, aber ich habe sie nicht. Sie glauben, nicht wahr? Sie werden mich aufstehen, Bigby. Wie du gesagt hast, es sieht wirklich schlecht aus. Es sieht wirklich schlecht aus. Aber ich habe es nicht gemacht. Er war hier. Das ist die Wahrheit, Sheriff. Siehst du? Bigby, bitte. Du kannst nicht. Sie werden mich auf die Wäsche schlagen. Das ist das, was sie machen. Und ich habe es nicht gemacht. Du wirst das wissen. Ich glaube ihm auch. Hey! Stopp! Das ist nicht das, was ich will. Oh, shut the fuck up, Woody! Die Scheisse nicht nur über dich. Es ist über dieses fucking Lappdog. Und er kommt nach vorne, in diesem Teil der Stadt, wenn die grünen Fuchs und die Wälder brauchen ein Schakedown. Ist das richtig, Bigby? Lappdog? Really? Hollys sister geht weg. Niemand gibt zwei Sch***en über sie. Papierwerk, Wälderhäuser, und die Scheisse, Snow White, die schlägt direkt nach mir, dann schlägt mich auf die fucking Tür. Ich würde sie nicht nennen. Es ist vorhin passiert, und es hat nicht ... ... end ... ... gut. Ich wusste nicht, dass du die Scheisse der Scheisse bist. Komm! So ein Assi, ey! Is that all you got? Seem to be enough? Don't be so sure. Oh, good. You should have walked out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the land. Don't worry about me. Eh. Sympathisch. Die beiden. Alter, was euch tun? Was euch tun? Shit, ey. Los, Bigby. Mach irgendwas. Der macht ihn noch fettig. Der macht ihn noch fettig. Gott. Oh, shit. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier zum ... ... bösen ... ... großen, bösen Wolf werden. Oh, ja. Oh, ja. Ah, da sieht er doch schon ganz anders aus. Na komm! Hier oben, hier oben, hier oben. Läuft. Alles. Oh ... ... ... ... ... Komm schon. Seinen Arm abreißen, gehe fort. Was? Wie den Arm abreißen? Wow, krass, wollen wir machen? Au, warum tue ich das gerade? Wow, ich weiß gerade... Oh, oh. Und sogar eine Errungenschaft, das habe ich beim ersten Mal spielen nicht getan. Ich weiß auch nicht, warum ich es jetzt getan habe. Ich war einfach sensationsgeil. Oh, shit. Und jetzt haben sie wieder alle Angst vor ihm. Oh, man. Ja, da habe ich jetzt mal eine Entscheidung getroffen, die nicht so freundlich war. Nicht unbedingt die beste, wa? Naja. Sende die Rechnung zu Crane, getränkt bezahlen. Du hast nichts davon gesehen. Ach komm, die werden das sowieso erzählen. Und er haut ab. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Er hat angefangen. Lauf und es wird böse enden. Nein. Nein. Wenn du ruhig kommst, dann wird du mit Respekt behandelt. Aber wenn es so ist, dass du die Mädchen töten, dann... du weißt, was das bedeutet. Und jetzt haut der ab. Okay, ich weiß nicht, für wen ich mich das letzte Mal entschieden habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Deshalb... Komm, wir entscheiden uns für ihn. Der ist gerade mal wichtiger. Ja. Du sagst, du wirst mich nicht schützt. Du sagst, du wirst nicht schützt. Shit. Der Mann ist verletzend in blood und du lässt ihn gehen? Keine Person hat dich gefragt. Ah! Komm, du bist unter Verzicht. Ich habe nicht... ... das gemacht. Und du hast nichts zu beschäftigen. Und du hast nichts zu beschäftigen. Ich glaube, das ist gar kein so übler Kerl. Zumindest nicht so übel, wie man anfangs denkt. Oh, Beast ist da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weil das jetzt alles zu übersetzen, so mittendrin, finde ich gerade wahrscheinlich nicht leicht, ne? Naja, gut, wir schauen nochmal kurz hier in die Erfolge rein. Ja, hm, schön interessant. Gut, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Tschüss!